Widerstand! 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 Wie dankbar wir sind, dass ihr alle gekommen seid. Ich sehe uns alle als eine riesengroße Familie. Wir bemühen uns, dass alles ruhig bleibt. Wir finden uns zum Teil, die wir freundlich sind. Wir sind alle in der Familie. Wenn ihr alle ausstaaten wollt, macht es. Dann geht nach Hause. Aber heute stellen wir für Gerechtigkeit. Hört auf! Gerechtigkeit! 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 Das Gejaule von den Tieren. Unfassbar. Mir fehlen einfach die Worte. Wir müssen mal Verletzungstutos verdienen. Ey Leute, fehlt mal ein paar Leute von uns mit. Dass wir immer unter Kritik bleiben. Dass wir immer diese Minderheiten sind, die fertig gemacht werden. Von der Justiz, von Behörden und von allen Seiten. Wir haben heute, nach Hause gelangen, können wir dort. Wir haben heute, nach Hause gelangen. Wir haben heute habe oft geschlossen, und dann wollte ich drehen, nach Hause gelangen! Vielen Dank.